Hallo, ich stehe mit der Haruka vor dem Casino und sie will, dass wir sie los spielen. Ich habe jetzt eine Taktik entwickelt, die einfach Sinn ergibt, und zwar das ganze Geld umwandeln, das ganze. 4000 reichen nämlich nicht aus an Punkten. Man braucht echt alles. Also unter 5000 macht keinen Sinn überhaupt anzufangen, also unter 5000 von diesen Sticks, also dieses Steinchen halt. Also ich setze hier jetzt alles um, das Geld, das ich über 7000 habe, oder 8000 sogar. So, dann kann ich nämlich, wenn ich Banker bin, gleich einmal nur mit der einen Runde, wo ich Banker bin, alles was ich für sie brauche, äh, gewinnen. Bei den anderen dann einfach fast 2000 setzen. Und wenn ich verliere, habe ich nicht ganz gleich verloren. So. 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 Noch einmal. Ja. So. Einmal noch. Und dann noch einmal 5. Tausend. So. So. Ja. Einmal noch. Jetzt haben wir 8246, 8246 haben wir jetzt doch, ja, 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 du kannst auch da drinnen keine Anrufen kriegen, entspann dich, so, wir müssen jetzt die Lows spielen, sie sagt Ich bin der Banker, das ist gut Wir nehmen das, ich glaube das Pissen nämlich in dem Fall heißt, dass sie versagen und das Verraten 830 plus 700 irgendwas, das sind mehr als die von der Haruka, was die Haruka von uns will, wir müssen halt immerweise jetzt auch noch was würfeln Und wir haben was geschafft, wir haben zwei Er hat gleich mal daneben gehaut Er hat verloren Er hat nichts Und er hat daneben gehaut, zack Jetzt muss noch er daneben hauen, dann ist alles gut Bitte, bitte, hau daneben Ja, danke, und wir haben's Wir sind durch Zack Alle haben, alle drei haben den Bot vermieden, also die drei draufhauen, wenn du reintrittst, hast du automatisch verloren Und wir haben jetzt 1577 plus Plus 1577 So Und ja, wir haben 1500 und noch was plus, das passt Gut Und ich scheiß drauf, ich setze jetzt überall einen Punkt, wenn es jetzt erwischt Mir gibt das einen Keks, das ist Spiel Aber so kann man das auch machen Man muss, wie gesagt, diesen Stein verwenden Und ganz viel Geld haben, damit die anderen Urfälle setzen Die setzen im Schnitt nämlich circa ein Zehntel von dem, was sie haben Wie man das sieht Ah, ein Zehntel Ja, ein Zehntel Zirka Na, stimmt das 1000 Na, ein bisschen mehr als ein Zehntel 15% Ich weiß das nicht Na, 5%, oder? 7000 Durch 14 14 Ah 10% Zirka Setzend Und 7% von Urfälle ist genug Dann Ja Ja Mir ist wurscht Ich hab nix gesetzt Ja Ich würfel gleich, da würfel dann nix, aber es noch auch wurscht Hm Hm Habe nix gesetzt Ich kann jetzt gar nix machen Ja, ja, ich weiß, ich hab nix Alles klar Der Kirio braucht einfach, bis er was wirft Ja, wechsel doch den Banker Ich hab jetzt gar nicht gesehen, was er hat Ah, 2 Das könnte man sogar schauen Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix Und wie man sieht, allein von die zwei, wenn man Banker ist, hat man schon einmal fast 900 Euro Ja Ah, Yen Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix gewischt Jetzt setzen wir 5 Ich hab nix Am nächsten mal Er hat 4 Er hat 4 Also wir werden verloren Aber sie können uns nicht wegnehmen, wenn wir nur zwei gesetzt haben. Das ist so. So. Dann setzen wir jetzt doch fünf. Er hat dreimal eins. Dann wären wir Pech. Haben Magen verloren. Scheiß drauf. Ja, ja. Alles gut. So, jetzt 20 verloren. Weiß ich nicht. So. Und nein, wir spielen nicht Tartar. Und was haben wir jetzt? Yay. Du hast gewonnen. Zack. Und wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Die Haruka ist glücklich. Wir haben ja die Schokolade bekommen. Ja. Dann gehen wir gleich einmal da. Wo ist er? Ja. Ja, ja. Ich gebe her mal eine Platinum. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das sind 6.000. Dann habe ich noch 2.000 irgendwas. Na, 5. Gehen wir 5 Platinum Platten. Wieso kriege ich jetzt Punkte? Ja. 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 Ich war jetzt verwirrt. Ich muss immer aufpassen, das Rechtsverkehr. Ich hoffe, die Haruka rennt jetzt nicht bei Rot. Aber in dem Moment, wo ich ins Geschäft reingehe, steht es eh neben mir. Also es ist eigentlich wurscht. So. Und da sollten wir das 1 zu 1 verdicken können normalerweise. So. Ich verkaufe. Und wir verkaufen. 150.000 geht rein. 1 zu 1 können wir es verkaufen. Schau. Ja. Diese 1.000 Punkte hätten uns jetzt 100.000 bringen müssen. Wieso habe ich jetzt nur 50.000? 1.500 Punkte. Bringt 1. Ich hatte doch vorher schon 700 irgendwas, ne? Meiner Rechnung nach hätte ich jetzt viel, viel mehr haben müssen. Achso, ich habe was im Casino liegen lassen. Alles klar. Ich habe was im Casino liegen lassen. Mein Fehler. So. Und jetzt gehe ich nochmal davor speichern.